Der Einigungsvertrag, der die Auflösung und den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, also die deutsche Einheit vorsieht, tritt am 29. September 1990 in Kraft. Wenige Tage hatten sowohl der Westdeutsche Bundestag als auch die Volkskammer der DDR für den Vertrag gestimmt. 1995 kommen Videogamespieler auf ihre Kosten. Die Spielkonsole Playstation 1 kommt in Europa auf den Markt und das geschah in Österreich. Wohl kein anderer Geistlicher hat die Kirche in Österreich so gespalten wie der einstige St. Pöltener Bischof Kurt Krenn. Nach 13-jähriger Amtszeit tritt Krenn am 29. September 2004 zurück. Und das keineswegs freiwillig. Zum Verhängnis werden ihm ein Skandal um den Download kinderpornografischen Materials sowie Gerüchte um homosexuelle Beziehungen im Priesterseminar von St. Pölten. Begonnen haben die Probleme für den Bischof jedoch schon viel früher. Kurt Krenn war ja eigentlich Zeit seines Lebens oder seines kirchlichen Lebens ja immer sehr umstritten. Er hat wirklich den ganz, ganz konservativen Flügel der Kirche vertreten. Wie er zum Wiener Weihbischof ernannt wurde, Jahre davor, auch da ist ihm schon einfach sein konservativer Ruf vorausgeeilt. Und wie er zu seiner Weihe in den Stephansdom gehen wollte, hat er mehr oder weniger Polizeischutz gebraucht, weil es ja eine große Demonstration gab und sich die Demonstranten einfach dort am Boden gelegt haben, sodass er eigentlich dort nicht vorbei oder drüber gehen konnte. Er ist immer wieder aufgefallen mit, auch so ein bisschen in die Richtung Saga antisemitisch. Er war ein großer Freund von Jörg Haider. Er hat gegen die Islamisierung Europas immer wieder gewettert. Er hat gegen Homosexualität gewettert. Er hat sich ganz klar gegen weibliche Ministrantinnen ausgesprochen, gegen Scheidung, Schwangerschaftsabbrüche. Also all diese Dinge, das hat ihn natürlich sehr umstritten gemacht. Am 11. Juli 1991 wird Kurt Krenn zum Bischof der Diözese St. Pölten ernannt. Dort wirkt er zwölf Jahre lang, bis es dann im Herbst 2003 zu einem Skandal kommt. Es sind Fotos aufgetaucht des damaligen Regens und dessen Subregens in sexuellen Handlungen mit Zöglingen, dort in dem Priesterseminar, auf dem einen Foto, ja, also man sieht sexuelle Handlungen, sagen wir es so. Wir sind dann, und Kurt Krenn wurde dazu befragt und er hat dann eben gesagt, nein, das waren also jetzt mit Sicherheit keine homosexuellen Handlungen, das waren Bubendumheiten. Das war jetzt natürlich eine furchtbare Erklärung dafür. Dazu kam dann auch noch, man hat dann auf den Computern in dem Priesterseminar auch noch kinderpornografisches Material gefunden. Aber bei Kurt Krenn selbst wurde nichts gefunden. Also er selber war da nur involviert in dem Fall, in dem er es halt wirklich ganz saublöd kommentiert hat und eigentlich damit verteidigt hat. Es ist dann der Druck immer größer geworden. Man hat ihm dann quasi einen Aufpasser zur Seite gestellt. Man hat dann den Vorarlberger Bischof Klaus Küng hingeschickt als Visitator nach St. Pölten. Es ist der Druck dann immer größer geworden und Kurt Krenn ist dann letztendlich nicht wirklich freiwillig, sondern auf Wunsch des Papstes zurückgetreten, hat sein Bischofamt niedergelegt. 2014 verstirbt Kurt Krenn nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Bestattet wird er in der Bischofskruft des St. Pöltener Doms.